Musik Dieses Video wird präsentiert von GangsPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. So, es ist eine logische Aussage. Kann keiner was gegen sagen. Upsala. Schneiden! Schwert sich immer noch keiner. So, jetzt wird vernünftig gefahren. Deutsche Ingenieurtechnik. 50. 50. Siehste mal, guck mal, wie der auf der... Guck mal, wie der auf der Straße klebt. Guck mal, was für Kackbremsen der hat. Obwohl, das geht eigentlich. Ah! Fuck, ich wollte nur was nachgucken. Ich bin gar nirgendwo gegen gefahren. Das hat sich auch keiner beschwert. Fuck. Ich dachte eigentlich, ich hätte das repariert, aber irgendwie nicht. Komm, mach die Kacktür auf. Halt die Fresse! So. Okay, jetzt habe ich mich langsam wieder gefangen. Es ist nicht schön, das Omsi. Nein, es ist nicht. Oh, fuck ich. Wir haben jetzt eine Minute mehr Verspätung. Ups. Und ich fahr, 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 fahr. Wie mein Hintern durch die Gegend. Weiß. Felix, halt einfach die Fresse. Ganz ehrlich. Das ist... Nicht gesund. Ah, komm. Hör auf zu schalten und gib Gas. Ach ja. Entschuldigung. Wo kam das denn jetzt her? Das war hier unglaublich. So. Fällt sich aber doch ganz, ganz gut hier. Ich muss mir nur gerade was in den Symbolen nachgucken. Ich war mir nicht mehr sicher, wie das Reparieren-Symbol aussieht. Weil irgendwie habe ich das mit dem auch Nachtanken-Symbol verwechselt. Ich weiß es nicht. Mein Gehirn kackt manchmal scheiße raus. Das ist unglaublich. So. Ach ja, die schöne, entspannte Landstraße. Weißt du was? Wir machen eine Challenge draus. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Blü. Das war es mit Bremsen. Ja. Ich möchte es einfach mal ausprobieren, wie gut es geht. Weil mit Gelenkbussen im Schnee... Ups. Alter. Ja, er drückt schon. Warte mal. Ich muss mir mal gerade... Sonst geht das jetzt hier die ganze Zeit schief. Ich möchte mir hier so... Ich brauche so einen Überblick für einen Notfall. So. Äh, ja. Challenge. Ob wir das so schaffen. Guck mal, wie der hin und her variiert. Äh, die Sau. Ja, da kommt nichts. Soll ich mal voll in die Bremse gehen? Pass auf. Brems. Ja, nichts. Äh. Scheiße. Naja, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Pass auf. Muss jetzt auch irgendwie die Heizung anwerfen. Mach ich jetzt gleich in der nächsten Haltenstelle. Da habe ich gerade keine Zeit zu. Da muss ich mich leider zu viel für konzentrieren. Ja. Alles ist super. Everything is awesome. Everything is cool when you are part of a team. Everything is awesome. Ja, genau. Ruckel halt. Es ist auch schön, wie das Vögelgezwitscher überhaupt nicht dazu passt. Äh. Okay, vielleicht sollten wir uns jetzt wirklich mal an die 60 halten bei dem Wetter. Alter, was ruckelt das denn so? Manchmal ist es ganz, ganz komisch. Scheiße, dass es für Omsi keinen Tempomat oder so gibt. Wo du einfach C drückst und dann hält der Bus erst mal die Geschwindigkeit. Das wäre mal cool. Entwickler to the rescue. Hier außen läuft das einigermaßen flüssig. Keine Ahnung warum. Oh, oh. Fuck. Bescheinigen, 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 bescheinigen. Ein Fehler bei dem Gelenkbus. Und du hast echt verkackt. Alter. Siehst du ja, guck mal, wie der wegrutscht. Und bremsen ist ja auch nicht. Ja gut, einfach vorsichtig fahren. Es ist nie was passiert. Doch. Ähm. Ja. Der Himmel passt überhaupt nicht. Egal. Jetzt wird es auch egal. Das Video wird riesengroß, weil hier alles weiß ist. Ah, okay. Mein zweiter Rechner ist gerade ausgegangen. Der rendert aber doch noch, oder? Warte mal. Gehen wir da an, du sauchst. Oh, Püppchen. Du hast aber auch was kurzes an, ne? Hallo. Ah, er rendert noch. Sehr schön. Verstehen Sie? Komm, mach die Tür zu hinten. Okay. Sehr, sehr schön. Alles ist... Everything is awesome. Ich wollte auch mal... Ah, Licht ist an. Fernlicht. Fernlicht. Duh, 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 d... Mh, mh, tschuldigung. Das ist das Fernlicht. 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 Dum, duh, duh, dum, 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 dum. Fernlicht. Fernlicht. Dum, duh, dum, dum, dum. Tz, 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 tz. Vor to the floor. Tz, tz. Ahem. Tz, tz. Jetzt aber. So, jetzt, jetzt höre ich aber auch auf. Jetzt ist, jetzt ist... Ich mag Milch. Ich mag sie gern. Ich könnte sie mein Leben lang so verzehren. Ich mag Milch. Ich mag sie gern. So. Ich habe mir nochmal alte Omsi-Folgen von mir angeguckt und wie durch ich damals war. Aber irgendwie war es da auch irgendwie noch lustiger. Deswegen, ich versuche momentan noch so ein bisschen wieder hinzukommen. Gebe mir mal ein bisschen Feedback dazu, ob ich so mehr so... sein soll oder vernünftig wie ein 18-Jähriger. Das ist immer schwer für mich. Ach ja. Mein Gehirn. Oh Gott. Ja. Komm schon. Also noch geht es eigentlich ganz gut. Ach so, ja. Ich muss mal. Warte mal. Din, din. Warte, warte, warte. Ansagen. So. So klingt das bei uns. Ich muss gerade an was denken und das lasse ich jetzt einfach mal raus. Din, din. Ladies and gentlemen, last call for flight 2770277. 7.027 Air Berlin. Angeden 29. Wir fliegen jetzt ab. Nicht, dass uns das zuletzt passiert ist. Äh. Ja. Keine Ahnung, warum ich da jetzt dann denke. Warum fahre ich eigentlich auch schon wieder schneller als 80? Siehste? Scheiße. 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 Habe ich eigentlich die Kollisionen aus? Nö. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ach komm, mach die Kacke aus hier.